Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um JP Morgan und zwar in dem Sinne, dass sie sich äußern und zwar zu Adidas und LVMH. Auch zu Porsche wurde was gesagt von der HSBC. Fraport konnte wieder etwas steigen und zwar im November. Renault konnte die Verluste begrenzen und zwar was die Nissan Anteile angeht und zu guter Letzt geht es um Audi. Dort wird sich nämlich von einigen Zeitarbeitenden getrennt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier an und zwar mit Louis Vuitton, denn LVMH konnte tatsächlich positiv überraschen, obwohl JP Morgan das Kursziel gesenkt hat und zwar von 835 auf 790 Euro. Die Bewertung wurde ebenfalls runtergesenkt von Overweight auf Neutral, das heißt also von einer Kaufempfehlung auf eine Haltenempfehlung. Es gibt kaum Überraschungspotenzial bei LVMH, deswegen gibt es auch aktuell wenig Kurstreiber, die mittel- oder langfristig halt eben das Unternehmen nochmal nach oben pressen könnten, wobei man auch sagen muss, dass die Experten ebenfalls nochmal erwähnt hat, dass man weiterhin einen sehr positiven Sektor hat, also Louis Vuitton wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr stark performen wird. Kommen wir damit auch direkt mal zu Adidas, denn JP Morgan setzt Adidas auf die Positive Catalyst Watch Liste. Es ist so, dass man hiermit also eine kurzfristig gute Nachricht hat. Das Kursziel wurde von 195 Euro angehoben und zwar auf 230 Euro. Die Einstufung Overweight wurde belassen, also die Kaufempfehlung. Es gibt eine starke Entwicklung des Sportsektors und das erwartet man auch im Jahr 2024. Dort erwartet man übrigens von der Analystenseite ja auch einen soliden Umsatz und sehr gute Bruttomargen. Es gibt auch eine langsame Erholung in China und auch die Wiederauffüllung der Lage am Großhandel, das ist natürlich auch sehr, sehr positiv. Bleiben wir mal bei einem deutschen Unternehmen und kommen zu Porsche, denn Porsche, also die Porsche AG, wurde von der HSBC aufgestuft von Hold auf Buy, also von Halten auf Kaufen. Das Kursziel hingegen wurde gesenkt von 110 auf 100 Euro. Das liegt ganz einfach daran, dass man halt eben so ein paar kleinere Probleme hat. Es gibt China-Risiken und diese werden jetzt gerade eingepreist. Dadurch, dass die Aktie aber doch schon unter Druck gekommen ist, aktuell bei knapp 82 Euro, sind sie halt eben vom Kursziel sehr, sehr weit entfernt. Und dementsprechend gibt es halt eben eine Kaufempfehlung. Mit diesem Kurssturz ist die Aktie laut dem Analysten übrigens auch sehr attraktiv bewertet. Die Modelldynamik und die Preismacht würden am Markt aktuell unterschätzt werden. Kommen wir mal zu Fraport, denn Fraport konnte im November rund 4,6 Millionen Passagiere abfertigen. Das sind 12,2 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum, allerdings immer noch 9,4 Prozent weniger als noch im November 2019, also vor der Pandemie. Das Frachtvolumen legte im November ebenfalls zu und zwar um 6 Prozent auf 174.258 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen stiegen um 8,5 Prozent auf 35.310 Starts und Landungen. Auch bei den internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichnete man ebenfalls Zuwächse. Damit springen wir zu Renault und auch Nissan. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen und zwar ging es darum, dass Renault gerne Aktien von Nissan verkaufen möchte, beziehungsweise nicht nur gerne möchte, sondern eben auch verkaufen wird. Es geht dabei ja auch um einen Pakt, den man geschlossen hat. Es ist so, dass die Beteiligung von ursprünglich 43 Prozent an Nissan auf 15 Prozent gesenkt werden soll. Dafür müssen jetzt halt eben Aktien verkauft werden und es ist so, dass man tatsächlich weniger Verluste gemacht hat, als bisher angenommen. Man liegt bei den Verlusten, bei den aktuell verkauften Anteilen, also bei dem Aktienpaket, bei rund einer Milliarde Euro. Das ist deutlich weniger als die 1,5 Milliarden Euro, die halt eben gestern noch in Aussicht gestellt worden sind. Hintergrund dabei ist, dass Nissan die Aktien eingezogen hat. Und damit geht es zu unserer letzten Nachricht und zwar geht es um Audi, also um Volkswagen. Denn Audi hat jetzt tatsächlich einen Großteil der Zeitarbeitenden im Werk Neckars-Ulm rausgeworfen, beziehungsweise dort werden diese Verträge nicht mehr verlängert und einige eben mussten auch gehen. Es sind davon mehrere hundert Menschen betroffen. Es gibt übrigens auch nach einer Anfrage keine ganz genauen Zahlen. Wir befinden uns nach wie vor in herausfordernden Zeiten mit einer volatilen Marktsituation, so die Sprecherin. Dass wir jetzt qualifizierte und eingearbeitete Zeitarbeitnehmende abmelden müssen, ist für uns eine schwere Entscheidung. Übrigens, Audi bleibt laut der Sprecherin trotzdem keine andere Wahl, auch wenn man sich dabei schwer tut. Und das Stammpersonal hat übrigens eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2029. Insgesamt arbeiten am Standort in Neckars-Ulm rund 15.005 Beschäftigte. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.